Hi, hier ist wieder Kurt Cobain live aus dem Nelson Mandela Park heute. Thema ist heute Wissenschaft und Egomanie. Ist ein ganz wesentliches Thema, weil die meisten Menschen glauben nur an die Wissenschaft und nicht an das, was spirituell oder linguistisch oder wie auch immer belegbar ist. Nee, nee, Hauptsache die Physik stimmt, Hauptsache die Chemie stimmt. Das ist das Wichtigste, was für diese Menschen vorliegt und das bestätigt sie in ihrer Egomanie. Es ist egomanisch anzunehmen, dass es alles physikalisch erklärbar ist oder chemisch oder biochemisch. Ihr seid ja wohl nicht ganz dicht, das reicht jetzt. Nee, mit so einem Scheiß kommt er bei mir nicht weiter. Es ist alles hilfreich, klar, natürlich. Es kann dabei helfen zu erklären, was letztendlich, nein, nein, ich kann dir keine Blättchen geben. Jetzt, warte mal, ich mache hier gerade ein Video, jetzt störe mich nicht. Ja, ich kann dir keine Blättchen geben, Schluss. Ja, Wissenschaft an sich ist ja was Gutes, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn das einschränkt, dann sollte das doch mal außen vor bleiben vielleicht, ja. Okay. Ego-Manisch betrachtet ist die Wissenschaft etwas, woran man sich festhalten kann. Ich halte mich nicht fest. Ich bin frei schwebend. Ja? Ja. Okay. Okay. Okay.